Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer neuen neuen Folge Minecraft Prison Escape mit mir, eurer Elina. Hallo! Wir befinden uns in keinem normalen Prison. Wir befinden uns in einem Unterwasser-Prison. Ganz neu ist es hier gebaut worden und wir sind die ersten Testsubjekte. Aber Leute, der böse Wissenschaftler sagt, er ist gerade kurz weg. Und was heißt das für uns? Dass wir uns hier mal ein bisschen umschauen, wo wir hier raus können. So, okay. Er hat uns mal ein bisschen umschauen lassen. Jetzt muss ich nur herausfinden, wie man hier rauskommt. Also, ich schätze mal, dass man hier irgendwie oben raus muss. Aber wie, weiß ich noch nicht. In der Kiste ist nichts. Aber hier runter ist doch noch eine Kiste. Jawohl! Eine mysteriöse Frucht, ein Schlüssel und eine Spitzhacke. Kann abbauen, Eisengitter und Bruchstein. Okay. Also, eigentlich stehe ich nicht so auf Experimente, aber ich esse mal diese mysteriöse Frucht und mal sehen, was dann passiert. Ha! Wir sind hier oben! Geile Frucht ist das! Eine Teleportationsfrucht ist das! Okay. Hier ist nichts. Hier auch nicht. Oh! Oh, oh! Oh, oh! Der Wissenschaftler weiß, dass wir ja unterwegs sind. Wir sollen zurück in unsere Zelle. Oh! Ha! Easy! Tja, so doof seid ihr. Okay, Paket. Was ist hier? Buch, Buch. Buch. Nehmen wir mal mit. Müll kann vielleicht mal nützlich sein. Aber wer so seine Regale stapelt, naja. Da, da, da. Hebel haben wir gefunden. Yes. Okay. Den müssen wir sicher hier platzieren. Jawollo, jawollo, jawollo. Läuft er, ja, läuft er. Okay, hier geht's raus. Oh! Er sagt, wir sollen unbedingt wieder rückkehren, aber Leute, das machen wir nicht. Okay. Kiste! Truhe ist verschlossen. Ah! Okay. Wo sind wir hier? Schön sieht's ja aus, muss ich sagen. Tududu! 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 Wir klauen hier einfach mal alles. Äh, Knopf. Hm! Essen! Kann ja nicht schaden. Hier noch was drin. Zack! Zack! Tududu! Alter, wir haben so viel Müll. Ähm. Aber wir haben keinen Schlüssel. Oder. Äh. Ist ja doof. Ist ja doof. Ah, oh Mist. Hier ist aber nichts. Hier vielleicht? Hier? Ah. Was war das? Woah. Truhe ist verschlossen. Mist. Hier muss irgendwo was versteckt sein, was sie gerade nicht sehen. Aber was ist es? Auch nicht. Ah! Leute, wie ich den gefunden habe, da muss ich mir immer selber mal hier auf die Schulter klopfen. Zack! Steinknopf. Okay. Wo soll ich den platzieren? Diamantblock. Bam! Okay, dann muss ich die Kisten jetzt wahrscheinlich alle mal durchsuchen. Nix, nix, nix. Okay. Der Wissenschaftler will uns wirklich dazu zwingen, dass wir hier jetzt... Wo sind die Schlüssel? Nein, leider nicht. Ah, die Verstecke sind auch leider nicht mehr so leicht. Wie vor ein paar Jahren. Oh, schade. Ich dachte hier, was... Da liegt ein Schlüssel! Jawoll! Kann auch Kisten öffnen. Ja, dann ist es die hier. Boom. Stock. Und was macht der? Es ist einfach nur ein Stock. Profschnein! Ha! Jetzt habe ich den Haken raus. Also, wir brauchen... Ah, Moment. Dann können wir da raus was craften, oder? Ein Hebel. Bam. Kann platziert werden aufs Maragdblock. Ja. Jetzt haben wir den Laden raus hier. Okay. Okay, wir sollen hier angeblich nichts anfassen. Dann fasse ich erst recht alles an. Ha! Was ist das? Ich kann das weiter hochstellen. Ich weiß nicht. Hm. Hier geht es weiter. Ha! Äh, ich weiß nicht, ob ich hier lang soll oder nicht. Oh, oh. Nein! Warte, ich kann das kaputt hauen hiermit. Okay, geht es hier weiter? Leider nicht. Doch, hier geht es weiter. Oha. Oha. Boah, wie sieht es denn hier aus? Wow! Alter! Mega krasse Fallen sind hier. Wow! Alter! Mega krasse Fallen sind hier. Was ist hier? Das sieht aus wie ein Jump'n'Run. Aber da ist doch irgendwas drüber. Ha! Ah! Das sind Laserstrahlen. Okay. Ich muss... Ups. Ich muss den Hebel hier umstellen. Stuhlen. Umstellen. Okay, zack. Ah Mist, jetzt müssen wir hier wieder zurück. Ha! Ha! Ui, Leute, ey. Wir sterben hier fast. Uuuh. Okay. Moment, wir heilen uns ein bisschen hoch. Wow! So. Ha! Alter, wie groß dieses Prison hier ist. Yo! Ha! Jump'n'Rump Profi. Aber wo könnte der Schlüssel sein? Bin ich blind? Aha! Ha! Ich hab's geschafft. I did it! I did it, I did it, I did it. Hm. Hm. Hier ist nichts. Hier ist... Oh ja, jetzt haben wir die Access Card. Okay, ist hier noch was? Ja. Nee, also nein. Bumm. Und dann schmeißen wir dich hier rein. Bumm. Verifiziere. Oha, Leute. Wir müssen irgendwas mit den Teilen hier machen. Und wenn es eine Sache gibt, dann ist es definitiv die hier nicht zu lösen. Darin bin ich nämlich Profi. Dann ist der hier aus. Sehr gut. Okay. Okay. Ich fürchte, der hier bleibt aus. Dann bleibt der hier an. Das macht hier gerade keinen Sinn. Ja, das macht wirklich keinen Sinn, Elina. Oh! Oh! Zugang gewährt! Ja, 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 ja! Oh, oh! Okay, hier geht's nicht lang. Und hier geht's... Ja, Moment. Boom. Wo sind wir hier gelandet? Hallo? Ah, hier sind wieder Kisten. Zack. In denen war aber gar nichts drin. Ah ja, ich kann das ja kaputt machen. Ah. Hier lang. Zack. Dann... Hier durch. Okay, jetzt brauchen wir wieder einen Schlüssel. Er fragt, warum wir nicht aufgeben. Wo könnte hier was sein? Oh mein Gott, der einfachste Trick ever. Okay. Wir haben hier eine Kiste gefunden. Das heißt, irgendwo muss hier nur noch ein Cobblestone sein. Und dann haben wir den Salat. Leute, kann das sein, dass ich wieder einen Cobblestone übersehen habe? Oh Leute, ich bin so ein Dassel. Hier ist doch ein Bruchstein. Muss ich doch gar nicht. Zurück. Wir haben doch alles. So. Kann platziert werden aufs Baraktblock. Let's go. Okay. Zack. Was ist hier? Eine Kiste. Was war das für ein Geräusch? Gibt's Geräusche? Kann platziert werden auf Prismarin, 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 Prismarin. Alles Prismarin. Ah, das hier. Oh mein Gott, Leute. Das ist sowas von krass hier. Ich will hier raus. Und meine Kamera geht mal wieder raus. Ey, diese Kamera. Ey, die Kamera bringt für dich. Okay, jetzt müssen wir warten, bis der da ist. Oh, bloß nicht sterben. Das wäre ganz... War... Formidable. Boah. Oh. Ha, 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 ha. Oh, oh. Lava Run Challenge. Oh, yeah. Oh. Oh Gott. Oh, hell. Yeah. Ja, jetzt ist die Kamera auch... Oh, nein. 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 Okay, Leute. Irgendwas ist hier gewaltig buggy. Deshalb muss ich das... Also, ich sterbe die ganze Zeit, wenn ich spore. Also muss ich das leider im kreativen Modus weiter spielen. I'm so sorry, Leute. Hier ist auf jeden Fall ein Hebel, den man nicht drücken kann. Aber da hinten, habe ich schon gesehen, ist auf jeden Fall eine kleine, ja, so eine kleine, schicke Höhle. Let's do this, Leute. Oh. Oh, das ist jetzt schwierig. Hup. Bam, Leute. Krass. Okay, wo lang müssen wir? Da geht's auf jeden Fall nicht lang. Hier müssen wir auf jeden Fall drüben. Habt keiner gesehen. Hier müssen wir... Oh Gott, oh Gott. Leute, sorry. Hier ist die letzte Tür. Die sich leider nicht öffnen ließ, weil der Schlüssel irgendwie... Ich glaube, die ganze Map ist kaputt. Irgendwas ist passiert. Nein, hier geht's nicht lang. Hallo. Ich will raus. So. Ha. Boom. Leute, ich bin raus. Gott, oh Gott. Ich habe noch nie so lange gerätselt an einem Stück ohne Pause. Falls ihr hier die Folge gefallen habt, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Darum würde ich mich sehr freuen. Lasst unbedingt ein Abo da. Darum freue ich mich umso mehr. Ich... Oh. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag morgen Abend. Haut da rein, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.